Oh, was haben wir denn jetzt? So, der erste Schaden. So, der ist sehr schön, aber im Sommer geht es nicht hier. Das ist genau der Badeplatz. Kann man da hinzufügen? Ja, der gibt es so, der große Ostsee. Sehr schön, bravo! Jetzt kommt nur noch das Problem, wie kriege ich sie ans Ufer? Aber ich habe keinen Ruder unten drunter. Nur mit dem Seitenruder. Ja, warum können Sie das nicht fertig regieren? Weil ich keinen Ruder im Wasser habe und das Seitenruder hinten erst anspricht, wenn man schnell genug ist. So, jetzt, David, ich kenne das gut aus. Ich bin jetzt fertig, noch mal. Oh, wie kann ich das nicht machen? Dann muss ich das nicht machen. Echt da. Oh, okay, kann ich das nicht machen? Kürst du? Oh, ja. Oh, ja.